Jürgen, du hast das Wort vorgeschlagen. Du musst beginnen. Ja, ich muss beginnen. Ja, ich habe das Wort vorgeschlagen, weil es ja in dem ganzen sogenannten Corona-Diskurs ziemlich am Anfang schon aufgetaucht ist und also im März schon, Mitte März und seither meines Erachtens einen ziemlichen Bedeutungswandel auch durchgemacht hat, also vor allen Dingen eine Bedeutungserweiterung durchgemacht hat. Und ich finde, es ist durchaus mal an der Zeit zu reflektieren, was bedeutet eigentlich systemrelevant? Wie war der Wandel in der letzten Zeit? Ja, und was kann man mit diesem Begriff eigentlich anfangen? Was kann man mit diesem Begriff tun in diesen Zeiten? Ja, ich finde eben den Wandel auch sehr interessant. Ich würde denken, das ist systemrelevant, habe ich meines Wissens das erste Mal gehört. Das war 2008 bei der Finanzkrise. War es aber eher too big to fail und also das Dinge als unabdingbar für die Gesellschaft deklariert wurden und dementsprechend eben geschützt werden müssen. Jetzt glaube ich, ist es so, die Frage, und das ist wirklich eine Frage, die ich auch gern mit dir besprechen möchte, die unterschiedlichen Art und Weisen, wie System definiert wird. Also relevant ist klar, aber was ist eigentlich das System? Und wenn du sagst, dass es da eine Verschiebung gibt, würde ich sagen, ist das eine Verschiebung von lebensnotwendig, lebensrelevant, überlebensrelevant zu, ja, jetzt extrem gesagt, wachstumsrelevant. Also wirtschaftsrelevant doch, aber eher wachstumsrelevant, das ist für mich so eine Verschiebung und da gibt es natürlich sofort unterschiedlichste Definitionen oder, sagen wir mal, das Behauptungen und Interessenlagen und das kann man ja in diesem Konjunkturpaket ungefähr auch sehen, was da miteinander kämpft. Ja, also ich sehe es genauso wie du. Also zunächst erstmal, ich habe ein bisschen recherchiert, in der Tat kommt der Begriff wohl zum ersten Mal 2007, 2008, damals in Verbindung mit der Finanzkrise, auf und war auf Banken bezogen. Und das ist in der Zwischenzeit wohl auch durchaus ein Fachbegriff im Bankenwesen. Und im Corona-Diskurs ist er ja zunächst aufgetaucht in dem Zusammenhang, ja, wenn die Wirtschaft oder auch das gesamte gesellschaftliche Leben, wie es ja hieß, heruntergefahren werden soll, was bleibt aufrecht im Hinblick, was bleibt offen sozusagen im Hinblick darauf, dass die Gesellschaft und die gesellschaftlichen Grundvoraussetzungen und die Lebensbedingungen erhalten bleiben. Also das wurde ja am Anfang dann als systemrelevant definiert und das ja auch ziemlich rasch auf Berufe bezogen, vor allen Dingen ja vor dem Hintergrund, welche Berufe gelten als systemrelevant, sodass Eltern, die minderjährige Kinder haben, dann halt eben auch keine Notfallkinderbetreuung in Anspruch nehmen können. In der Zwischenzeit aber ist ja so gut wie alles einerseits systemrelevant, weil sich offenbar die einzelnen Branchen auch sozusagen dahingehend, oder die einzelnen Branchen am dahingehend reflektiert, dass sie natürlich, wenn sie sich als systemrelevant auch definieren, entsprechend halt eben auch innerhalb der Gesellschaft wahrgenommen werden und von dem Konjunkturpaket eventuell halt eben auch wahrgenommen werden müssen und sollen. Also was ist heutzutage nicht mehr systemrelevant? Ich habe vorhin nachgelesen, sogar die Jäger sind der Meinung, dass die Jagd systemrelevant sei, weil damit halt eben die Bevölkerung mit Wild versorgt wird, mit Wildfleisch versorgt wird. Also da, finde ich, existiert ja eine totale Verbesserung auch des Begriffs vom anfänglichen, ja, Daseinsvorsorge und dem Versuch, gesellschaftliche Grundvoraussetzungen aufrechtzuerhalten, hin zu dem, dass sozusagen jetzt jeder in wirtschaftlicher Hinsicht als systemrelevant gelten will und entsprechende Hilfen eventuell auch in Kauf nehmen kann. Ne, du siehst, ich sitze hier im Grün und natürlich, wer im Grün sitzt, sieht das mit den Jägern sofort ganz anders, weil hier muss also geschossen werden, sonst fressen die uns hier alles kaputt und machen alles kaputt. Und natürlich ist in einem System letztlich alles, hat alles eine Wichtigkeit, eine Bedeutung. Also es ist immer so die Frage, worauf kann man am ehesten verzichten? Wir haben also vorhin beim Frühstück darüber gesprochen, es könnte auch, inwieweit ist ein Kosmetikstudiosystem relevant? Also da wird es sehr unterschiedliche Arten der Antwort darauf geben, aber du hast natürlich recht, da verwässert der Begriff. Als ich den das erste Mal wieder so mit Bewusstsein hörte, war ich an dieses Brechtgedicht, selbst in dem sagenhaften Atlantis, brüllten die, brüllten in der Nacht, wo das Meer es verschlang, die Ersaufenden nach ihren Sklaven. Also die, und das ist für mich etwas, dass eigentlich jetzt die Corona-Zeit nichts in dem Sinne Neues gebracht hat. Sie hat nur die Dinge, die vorher, sagen wir mal, unkenntlicher waren oder weniger kenntlich waren, meiner Ansicht nach kenntlicher gemacht. Also für mich ist das, wenn ich es auf einen Punkt bringe, und ich meine, so ein Begriff ist ja immer der Einstieg in die ganze Welt, wie so eine Ludwig. Und man kann ja nicht immer nur diesen einen Begriff diskutieren, man muss sofort über andere Dinge sprechen. Und für mich war es wirklich das berauschende Erlebnis des Primats der Politik. Also wie plötzlich die Politik sagte, was für uns wichtig ist. Und da kommt man natürlich ins Träumen und sagt, na gut, also wir wissen doch eigentlich, was wichtig ist. Wir sollten auf Wissenschaftler hören, so wie das passiert ist. Also lasst uns das machen. Und es hat natürlich durch diese Kenntlichkeit auch eine ganz andere, wie soll ich sagen, die Hierarchie, die Rangfolge von Wichtigkeiten wurden plötzlich, wurden ganz andere sichtbar. Nämlich die, die vorher mehr oder weniger unsichtbar waren, mal ganz einfach zu sagen, die die schwere Arbeit machen, die die Drecksarbeit machen und die nicht einfach ins Homeoffice gehen können. Und dadurch natürlich auch sehr viel gefährlicher leben, weil sie öffentlichen Nahverkehr nutzen müssen, weil sie in Fabriken stehen, bis hin zu so einem Beispiel wie den Schlachthöfen. Ja, also das wird ja auch immer wieder betont, dass diese sogenannten systemrelevanten Berufe diejenigen Berufe sind, die eigentlich die schlechter Verdienenden sozusagen ausüben. Und die also mit Risiko behaftet sind, auch der Ansteckung, dass Risiko behaftet sind und vor allen Dingen ja auch Frauen, von Frauen ausgeübt werden. Das ist das eine, der eine Punkt. Du hast vom Primat der Politik gesprochen. Das fand ich am Anfang auch. Ich fand es ganz erstaunlich, wie wir am Anfang ja sehr deutlich die Entscheidungsmacht bei der Politik hatten. Und zwar bei einer durch Wissenschaft beratenden Politik, so wie man sich das eigentlich auch wünscht. Und das Primat der Wirtschaft, das wir halt eben vorher immer gesehen haben, das trat zumindest im März und im April zurück. Und ich glaube aber, dass man an dem Begriff der Systemrelevanz oder des systemrelevanten und systemrelevanter Entscheidungen und Träger innerhalb der Gesellschaft jetzt sehen kann, dass die Wirtschaft wieder sozusagen eine gewisse Hoheit im Hinblick auf die Deutung dessen, was gesellschaftlich wichtig ist und wohin wir gesellschaftlich gehen sollten, wieder beansprucht. Und das kann man, glaube ich, an diesem Begriff sehr deutlich nachvollziehen. Also es ist ja beispielsweise schon die Frage, ist der Luftverkehr systemrelevant in der Form, wie wir ihn bislang hatten? Oder müsste man ihn nicht anders jetzt gestalten? Ich finde, bei dem Begriff der Systemrelevanz spielt auch eine ganz große Rolle, dass wir damit suggerieren, wir haben ein System, wir definieren jetzt in einer Krisensituation das, was relevant ist für dieses System. Und wenn die Krisensituation vorbei ist, dann haben wir das System wieder, das wir vorher hatten. Und so wollen wir es eigentlich auch haben. Und ich glaube, das ist ein Denkfehler. Und dieser Denkfehler steckt auch zum Teil drin in der Anlehnung an die Systemtheorie mit diesem Systembegriff. Also System als etwas, wo Elemente zueinander in Beziehung stehen und diese Elemente dann interagieren. Und wenn das gefährdet ist, versucht man halt eben das heraus zu kristallisieren, was eine Stabilität bringt. Und wenn die Gefährdungssituation von außen vorbei ist, dann ist die Stabilität wieder da. Und dann haben wir die Situation wie vorher. Und ich glaube, wir müssen erstens uns fragen, geht es nicht viel mehr um Menschen als um irgendwelche Institutionen oder um Betriebe und so weiter und so fort und Wirtschaftsunternehmen geht es bei dem Ganzen nicht um Menschen. Denn Menschen sind in erster Linie gefordert und gefährdet und nicht im Grunde Systeme beziehungsweise Organisationen in Systemen. Und müssen wir uns nicht darüber im Klaren werden, dass wir das System, so wie wir es hatten, nicht wieder hinbekommen und nicht wiederhaben werden und vielleicht auch gar nicht wiederhaben sollten und wollen. Und das, finde ich, ist ganz wichtig, dass man das bei diesem Begriff Systemrelevanz mit bedenkt, dass man sich da in diesem Kontext des systemischen Denkens begibt und die Menschen eigentlich außen vor wird. Also ich danke dir sehr. Das ist eigentlich der Unfall, die Krise lässt uns etwas sehr viel klarer sehen und stellt auch eine Differenz her zu dem, was sonst unser Way of Life eigentlich ist, unser Business as usual. Und das ist ja eigentlich das, was wirklich in Frage steht. Ich würde versuchen noch mit der, weil du sagst, mit der Wirtschaft, wirtschaftsrelevant. Ich meine, ist klar, wir brauchen Wirtschaft zum Leben, Landwirtschaft, Betriebe und so weiter. Ich glaube, es ist gar nicht so sehr der Begriff der Wirtschaft, als eher wirklich dieses Wachstumsorientierte. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es gewesen ist, oh Gott, ich will ein Auto haben, wir haben keine Autos. Also bis auf dieses vermaledeite Klopapier und vielleicht noch das eine oder andere, hat ja tatsächlich nichts gefehlt. Ja, also gut, die Masken natürlich, das zeigt natürlich auch, wie wenig vorbereitet wir waren. Aber für mich ist wichtig auch, dass eigentlich innerhalb der Krisenzeit es eine Frage war, was brauchen wir? Ja, was ist wirklich wichtig? Und das wäre für mich die Frage nach dem Menschen. Also was brauchen wir? Da muss ich natürlich auch sagen, also wir haben jetzt in den zwei, drei Monaten keine neuen Autos vermisst. Und ich muss auch natürlich sagen, wir haben alle genug Bücher zu Hause. Wir haben auch keine neuen Bücher unbedingt gebraucht. Das schlägt jetzt mir natürlich den Boden erstmal weg. Aber letztlich, also ich würde sagen, Literatur ist als Leser, würde ich sagen, ist Literatursystem relevant. Auf die neuen Bücher hätte man durchaus erstmal verzichten können. Wir haben alle genug zu Hause. Also die Frage ist dann doch, was brauchen wir? Und nicht so sehr, was können wir möglichst viel verkaufen? Und diese Absurdität unseres Systems, die ja eigentlich auch diese Welt mit ruiniert, die ist am Ende deutlich geworden. Und so wie wir uns als Gesellschaft versucht haben, in dieser Bedrohung zu verhalten, hat eigentlich etwas Richtiges aufgezeigt. Obwohl auch da wieder die ganzen, würde ich sagen, Unterschiede oben, unten, reich, arm natürlich auch wieder zum Tragen kamen. Also nichts, was vorher nicht da war. Aber es ist einfach alles sehr viel kenntlicher geworden. Und vielleicht noch einen Gedanken, wenn wir über Kunst, Literatur sprechen. Ich glaube, da geht es sehr, dass wir, dass es eine Aufgabe oder die Systemrelevanz von Kunst, Literatur, wenn es die gibt, dann wäre ein Gradmesser für mich der, wie es ihr gelingt, dieses Unsichtbare, die, die unsichtbar gemacht werden, die, die unsere Drecksarbeit leisten, die also praktisch nie im Tatort vorkommen oder in einer TV-Serie oder in einem Film. Oder eben auch, muss mich an die eigene Nase fassen, ich weiß, wie schwierig es war, über einen Maurer zu schreiben in der Literatur. Also das ist auch ein großes Manko, dass eigentlich Kunstliteratur sich daran beteiligt, die, die dieses System tragen, zum Teil im Unsichtbaren zu belassen. Was natürlich national, aber eben auch international zu fragen ist mit dieser Unsichtbarkeit. Ganz kurz noch zur Wirtschaft. Danke für diese Korrektur. Ich sehe, dass ich bei Wirtschaft immer schon gleich Wachstum mitdenke und deswegen halt eben allgemein von Wirtschaft rede und da nicht unterschieden habe zwischen Wirtschaft, die wir natürlich brauchen oder die wir gar nicht leben können und halt eben einer bestimmten Form von Wirtschaft beziehungsweise einem bestimmten Denken in wirtschaftlichen Kategorien. Und ich stimme dir völlig zu, darüber nachzudenken, welches Wachstum brauchen wir und was wollen wir eigentlich, welche Wirklichkeit wollen wir in Zukunft, dass das das Wichtige ist. Und was du zum Schluss gesagt hast, ich denke, das ist die Forderung halt eben auch nach einer Art von politischer Literatur, gesellschaftsverantwortungsbewusster Literatur, die einerseits das reflektiert, was wir heute haben, dies aber weiterdenkt, in das Morgen hinein und das ja nicht von Ideenentwürfen, sondern von einer gesellschaftlichen Realität her. Und das finde ich unwahrscheinlich spannend und sicherlich kein neues Programm, aber ein Programm, über das man jetzt wieder nachdenken sollte. Jürgen, ich kann nur sagen, ich mache mich an die Arbeit. Jürgen, ich kann nur sagen, ich mache mich an die Arbeit. Untertitelung des ZDF, 2020